hallo und es kommt zu einer weiteren folge demolish and bill company schön dass ihr eingeschaltet habt so es geht los es geht weiter los geht weiter so sind wir wieder hier zu unserem schönen lkw wir müssen ein paar jobs erledigen denke wir nehmen als erstes mal hier testa gut etwas verdienen so machen wir das exakt dann fahren wir dorthin durch unseren schönen radio so los geht den bilden um die zu bach kurz gelegt So. Ich weiß nicht, wie ich bin. So, dann fahre ich mal so ganz entspannt dorthin. What? Ja, also man muss ja auch mal die Natur genießen, so. Hier steht der Querweg von, also der Quer auf der Strasse, klar, wie man ihn nie verlässt. So. Voilà. Dann beginnen wir mit der Arbeit. Okay. Jetzt müssen wir hier auf der Wickels. So. 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 Demolisch. Ups. So. Boom. 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 Wenn wir das hier so machen, können wir hier machen wir alles platt, alles platt. So, crash. Boom. So. Hier hin. So. Hier haben wir alles fertig. So. 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 Ich muss jetzt halt hier auch wirklich alles ein bisschen. Jetzt hänge ich noch einen Busch. Das kann ja nicht sein. Ich hänge einen Busch. 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 So. Um die Kurve. Gut, das haben wir gemacht. Wir müssen jetzt hier hoch. Ja, genau. Und die hier. Ja. So. Machen wir das doch noch schnell. Das geht ja relativ schnell. So. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Hier. So. 10. 19. 20. Jetzt ist es noch nicht fertig. 19 von 20. Hier. Jetzt. Nein, ich will wieder Geld bekommen. 3100. Müssen wir noch einen Auftrag machen? Nein. Man? Machen wir das hier. Das hier. Das hier? Machen wir das hier noch. Ich Moment. Das. Jetzt machen sie ihn doch wieder draus im Dallern. Ist klar, kann ja nicht anders sein. Was haben wir für ein Radio? Nehmen wir den hier. Wow. Wow. Das Problem ist halt wirklich, beim Bremsen lenkt ja nicht der Wagen. Das ist natürlich eine coole Physik, aber naja. Deshalb gibt es ja kein Bremsen. So, das Szenario. Ja, hier müssen wir. So, dann geht's weiter. Ein bisschen, ein Hogger hat es ja noch gehabt. So, äh ja, ja. Nein, es geht. Oh! Oh! Wir haben kein Sprit mehr. Jetzt können wir das in unsere Fahrzeuge auffüllen. So. Noll. Da hatten wir kein Sprit mehr. So. Wir sollten einfach immer bei den Zasen leuer bleiben. Jetzt aber viel Verkehr. So. Gut. Einfach schnell überholen. Dann geht das schon. So. So. Ist das aber wirklich, he? Ich möchte ihn nicht kaufen. Den hier möchte ich. dann auch traut ich möchte nicht den der hat der falschen dach verblüht so jetzt aber chillige Musik geht das Ein bisschen gespüren hier, dann geht es hier weiter. Wauw, oh wauw, so, gut. Wauw, 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 wauw. Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw. Wauw. Wauw, wauw. Wauw, wauw. Wauw, wauw. Wauw. Wauw, wauw. 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 Gut. Ah, ich bin so ein Blöder hier. Ah! Ah! So! Ding, ding, ding! Was ist ein bisschen komisch hier? So! und das haben wir geschafft jetzt müssen wir noch hat das heißt wir schneiden die teile hier okay gut fertig finde ich nein wir könnten jetzt schon kaufen aber ich muss sagen wir machen trotzdem noch ein auftrag machen wir das nächste mal noch und dann kaufen wir uns den kippen also nächste mal kaufen wir uns die kippe so aber ich würde mich hier mit abschieben wenn es verland hat mich mit dieser folge die mögliche simulator dann lass mal einen damen rum da ich habe dann es kommt da aber nicht vergessen bis bald